Lass uns erkunden, warum dein Hund nicht aufhört zu husten und würgen und was du tun kannst, um ihm zu helfen. Diese Symptome können durch das Altern, Atemwegs- und Herzerkrankungen, Fremdkörper und sogar Lungenkrebs verursacht werden. Regelmäßige Tierarztbesuche sind entscheidend. Zu Hause solltest du die Umgebung sauber halten und Umweltreize wie Zigarettenrauch und parfümierte Produkte minimieren. Verwende haustiersichere Reinigungsmittel. Stelle sicher, dass ihre Ernährung ihrem Alter und ihrer Gesundheit entspricht. Halte den Hund mit sanften Übungen wie Schwimmen oder ruhigen Spaziergängen aktiv. Zusätzlich könntest du erwägen, den Ruhebereich mit Rampen oder Pipimatten komfortabler zu gestalten und immer auf Anzeichen von Unbehagen zu achten. Möchtest du mehr erfahren? Sieh dir unseren Artikel für eine detailliertere Anleitung an. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere nützliche Tipps zu erhalten.